Wenn ihr zu zweit trainiert und einzelne Übungen macht, soll man erst der eine die eine Seite machen, dann der andere die gleiche und dann beide rechts oder je nachdem mit was sie anfangen. Ihr habt ja auch genug Erholung und vermeidet Disbalancen, das ist bei Leon nicht so das Thema, er rupft die Scheiße einfach raus, aber du willst ja auch die gleiche Muskulatur haben auf beiden Seiten. Ja, hier rein, sehr schön, ja, sehr gut, komm, ja, geht's schon, ja, der ist gut, hier rein, super, komm, auf, jetzt zählt's, ja, weiter, gehen noch welche, jawohl, komm, easy, und noch drei, komm, ich bin da jetzt, zwei noch, komm, und die letzte, auf, stark, ey.